Also hier habe ich jetzt mal was richtig cooles entdeckt. Und zwar so eine alte Burkruine. Das ist richtig heftig. Burkruine Wachtendung. Hier kann man halt ein bisschen gucken. Hier sind noch ein paar übrig gebliebene Mauern davon. Aber das ist dann richtig genial hier. Wenn man sich das hier so alt guckt, finde ich ja mal so richtig spannend. Ich gehe jetzt einfach mal hier rum. Dann gehe ich mal hier rum. Und da sind wirklich noch so, echt, so wie die ganzen Reste. Um dieser Burkruine zu sehen. Sehr, sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch hier. Einfach genial. Wenn man sich das hier so alles anguckt. Mir schmeckt der Kollege so, ne? Ich feiere so was ja immer. So Burkruinen. Das ist ja immer so voll mein Ding. Da sieht man so halt noch so ein paar Reste. Kann man auch nur so ein bisschen lang gehen. Kann man da halt noch so ein bisschen reingucken. Ist schon sehr, sehr geil. Dann halt hier. Geht es einmal so rum. Dann einmal hier runter. Ich finde das schon echt geil. Kann ich ganz ehrlich sagen. Übrigens, das ist hier in Wachtendong. Da steht diese ehemalige Burkruine. Ne? Hey. Richtig schön. So, ich feiere so was ja, ne? Schaut mal richtig geil aus. Wenn ich dabei lege, dass hier mal Ritter gelebt haben oder halt, keine Ahnung, Burgbewohner oder so. Geht nochmal so eine Treppe runter. Ja. Schon geile Sache. Sieht halt von hier aus. Dann steht da auch noch ein bisschen was davon. Ja, hier kann man dann noch so ein bisschen runterspringen. Gehen wir mal hier lang. Hallo! Hallo! Das sind halt hier unten noch so. Halt so komische Kreise. Keine Ahnung, wofür die sein sollen. Kapiere ich irgendwie nicht. Wofür die, die gemacht haben. Wofür die gut waren. Kann ich jetzt so jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Das ist die Sicht auf jeden Fall von hier aus. Ja, das sind jetzt halt so die Stücke halt von dieser Burgruine. Da ist zu. Am Schloss davor. Jetzt auch nochmal. Mein Eingang hört es auf jeden Fall nicht hohl an. Ja, dann geht es dann hier lang. Ja, und das warte eigentlich schon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich voll genial hier. Richtig super. Richtig interessant. Da oben drauf kommt man leider nicht. Das geht nicht. So sieht es halt von hier aus. Ja, aber kann ich mal? Also ich finde das sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Aber das ist jetzt unsere Vorfläche. Super. Das macht. Das macht. Wo? Das macht es dir. Das macht es dir. Das macht es dir. Siehst du. Vielen Dank.